hey willkommen zurück auf meinem kanal fragan stock wieder hier schön dass ihr dabei seid ja heute zeige ich euch meine oder die search of stars collection ja die dürfte von search of sind für mich persönlich sehr sehr nice und wenn ihr mehr wissen wollt bleibt dran hey da bin ich wieder ja wir fangen gleich mit den ersten an mit den ersten star und zwar alexandria 2 ja alexandria 2 zu den flakons muss ich nicht sagen sie sind alle gleich außer der alexandria 3 dazu aber später aber sonst sind sie gleich ja natürlich sehr sehr nice ich mag diese flakons so richtig gut gemacht die deckel sind richtig fest drauf ja gute arbeit gefällt mir richtig gut alexandria 2 ist auch ein sehr geiler duft wenn ich mit der beste aus der reihe lavendel holz der lavendel ist gar nicht so ja vielleicht doch ja man kann schon sagen doch schon etwas stärker gefällt mir und denn das und das heutige das hat schon richtig stil und haltbarkeit und ausstrahlung ist sehr stark ein richtig genialer duft also alexandria 2 sollte man auf jeden fall mal getestet haben wenn ihr nicht kennt definitiv testen dann kommt die da kommen die früchte sorry dann die rose und dann die vanille dazu richtig genial ja ich finde ihn wirklich gelungen alexandria 2 so als nächstes kommen wir zu den safari ja safari gesagt die flakons sehen ähnlich aus safari ist auch also gleich vorweg ich mache alle dürfte aber für mich das zeigt mir einfach wieder das selbst auf ein absolut mit abstand das haus nummer eins für mich persönlich aktuell ist ja auch der wie sehr nice sehr geil rose schwarzer pfeffer und und anfang das ist schon er muss immer sprühen natürlich gute sprühe ja da hier hast du ein bisschen muss ich sagen leichten kuhstahl geruch also kuhstahl gut das liegt sich dann aber definitiv nach 15 minuten und ja der pfeffer kommt ja richtig und das uti as liegt sich jetzt eigentlich schon ist jetzt schon nicht mehr so aber richtig pfeffer so richtig ja schwarzer scharfer pfeffer richtig genial neroli weihrauch kommt denn dann blüten safari ist auch richtig geil richtig geiler dürft ihr solltet die auf jeden fall deswegen stelle ich sie euch vor ihr sollte die dürfte die us das auf jeden fall auf eurer liste haben jedenfalls zum testen sehr geil safari der dritte ist ja fast sehr beliebt wenn man einsteigt sag ich mal in ja ich würde sogar sagen in search of business oder nicht search of business in die search of welt wenn ihr noch keinen duft habt wenn ihr aber gleich richtig einsteigen wollt dann ist fast wirklich sehr sehr gut ja wirklich sehr sehr gut da könnt ihr mit einsteigen auch wenn ihr noch nicht kennt ja dann ist auch hier fast wirklich top bergamonte lavendel rosen geranie sein rosenduft rose ut aber ja richtig schön zusammengefügt cremig dazu ich will immer aufmachen ist so angewohner aber hasse ist richtig geil also richtig geil natürlich kosten die dürfte etwas aber sie sind wirklich gut gemacht so ich kenne jetzt bis jetzt doch einer war dabei auf den ich nicht mochte ich komme jetzt nicht drauf aber sonst ich kenne niemanden oder ich kenne keinen duft besser gesagt wo ich jetzt sage der ist nichts fast richtig guter duft für die einsteiger die zurtschaft nicht kennen oder eben noch nicht kennen sehr sehr gut gelungen dann zedernholz amra sandelholz das kommt dann nachher richtig patchouli richtig cooler duft da ich bin immer verliebt in fast jeden duft von zur zu eigentlich alle die ich habe ich liebe sie einfach fast sehr geil soll der nächste ist nicht so einfach mit denen sollte man wirklich nicht anfangen und zwar gar gar er fängt mit dem persischen safran an und mit dem spa spanischen safran und ja sehr stark das ist ja nachher sehr geil ja der ist auf die fresse das ist dunkel safran richtig dunkler brutaler safran ist richtig brutal wacholder sandelholz dann dann natürlich also der ist schon so als wenn das so ein bisschen ölig ist dunkel richtig stark und ja da ist nichts für anfänger und ich kann euch nur ja den solltet ihr auch vielleicht nicht blind kaufen da ist ja muss man gucken dass auch amma drin also der hat schon was gar ist aber sehr speziell so der nächste jahr den hatte ich ja schon mal bei tiktok vorgestellt mir gefällt er sehr gut und zwar auch hat ja den trage ich wirklich sehr gern auch wenn viele sagen der hat so wirklich weib also so ein bisschen damenduft weiblichen touch finde ich mag die jasmin auch sein ja denn was süßlich ist ich weiß gar nicht warum man hier warum hier viele dieses diesen kuhstall riechen ich richte ihn hier überhaupt nicht und bergamotter das ist ein richtig leckerer durch dich das ist ich habe das ja schon gesagt also der hat eine süße der hat ganz entspanntes gut ziemlich weiches auch und der hat schon was eichen moos ist dann noch drin ja könnte man so ein bisschen warne und vanille und das ist einfach ein ganz geiles zusammenspiel hat denkt sollte die auch man und ich bin auch der meinung den könnten frauen es ist ja so unisex alles hier sei hier sind die frauen auch sehr gut mit bedient also wenn ihr vielleicht als frau die ersten zehn minuten vielleicht übersteht aber ich finde ihn vielleicht wenn ihnen das erste mal riecht aber dann ist es eigentlich kein wirklich ja stinkender duft überhaupt nicht er hat was war drin aber man nimmt das nicht lange war dann kommt die süße die blumigkeit also der ist schon wirklich sehr sehr nice so der vorletzte ist denn malaysia ja malaysia ist auch ein geiler duft hier ich sprühe jetzt auch hier kann auch gleich alle sprühen ja auch hier gut ist natürlich immer klar habt ihr gut habt ihr auch einen geilen hut und so weit und so fort leute ich möchte euch ja nicht irgendwas ausschätzen ich sage auch nicht dass sie jetzt alle sieben stars kaufen sollt die sind ja jetzt auch nicht so günstig aber bitte testet sie so testet nicht nur die anderen geht an die stars ran hier mei glöckchen an anfang richtig genial wer das mag wer das mag ist hier sehr gut bedient richtig cooler duft wie gesagt flakons sind auch geil das gut hier ist auch nicht zu stark malaysia gefällt mir auch wirklich gut amber tonka bohne vanille und haltbarkeit alle ich brauche da nicht viel zu reden oder viel zu sagen besser gesagt nicht viel zu reden viel zu sagen das sind dürfte die alle über acht stunden halten so weiter muss ich nicht gehen sie halten alle über acht stunden und aufwärts ausstrahlung ihr werdet wahrgenommen das sind keine dürfte die keiner riecht so nach dem motto nein ihr werdet wahrgenommen jeder wird von euch angesprochen glaubt mir ich werde immer angesprochen wenn ich ein gut stars durch trage wirklich das ist einfach so sehr geiler durch malaysia so und so gut jetzt kommt der alexander ja drei da sieht jetzt ein bisschen anders auch auch sehr sehr geil ja was soll ich dazu sagen also es ist ein sehr guter teil 3 im endeffekt der entspanntere teil der zweite teil ist einfach mehr power den ersten teil gibt es leider nicht mehr ja und das ist ein wie soll ich das sagen kann man öfters da und immer tragen im gegensatz zu den teil 2 er riecht ein bisschen muss ich sagen wie haarspray an anfang so dieses l'oreal glaube ich ist das nicht weiß es gar nicht aber das ist auch geil und der flakon ist einfach mal ein bisschen anders mir stört das jetzt nicht dass jetzt ein duft anders aussieht ein duft ja duft ein flakon das ist ja gut auf einer hinsicht passt jetzt nicht rein aber trotzdem geiler duft lavendel rose zimt maiglöckchen ja einfach dieses und dann die rose und denn das gut einfach ziemlich entspannt die ganze zeit wo er den duft tragt ist es einfach entspannt ja so ich wiederhole mich entspannt und genial bei alexander zwar ist das nicht so einfach der ist einfach penetrante was das gut angeht und die rose und einfach mehr auf die fresse hier ist ja wirklich sehr entspannt ich muss sagen allerdings für mich persönlich ist das hier von der silage der schwächste der schwächste sorry das ist wirklich so vielleicht sieht das sagt mir wenn ihr das anders sie schreibt und in die kommentare rein falls ihr mehr oder auch paar von diesen kennt oder vielleicht auch alle wäre es für euch der schwächste also ich bin der meinung dass es eher hier weil die anderen hauen mehr einfach raus von der silage also ich kann mich das ist natürlich auch bei jedem anders bei jeder haut ihr wisst es aber alexander drei ist ein sehr sehr cooler duft sehr gut so das war die stars collection ich möchte mich hier noch mal bei den herbert stricker ganz lieb bedanken dass er mir die dürfte zur verfügung gestellt hat immer wieder nice die zwölf dürfte und ich möchte auch einfach dass diese marke ja nicht größer wird das kann auch ich nicht jetzt so groß beeinflussen schon aber ich möchte einfach dass diese marke auch an den normalen käufer mal ran geht in rankommt also testet sie ruhig mal probiert es doch einfach mal holt euch abfüllungen und so weiter und so fort oder wenn ihr euch und verlinken wenn ihr euch einen anderen duft bestellt ihr könnt ja wie gesagt beim beauty konzept fünf gratis proben eurer wahl bestellen dann holt euch doch mal ein paar proben von diesen dürften und dann könnt ihr sie testen sie sind genial und wer dürfte mag und an diesen noch nicht rangegangen oder an diese ganzen sieben es fehlt leider ein doch ein dürft noch sorry ich bin heute ein bisschen ich habe heute noch nicht so viel getrunken ich habe so viel zu tun gehabt und macht das jetzt ja auch noch cilion glaube ich heißt der cilion ich möchte jetzt nichts falsches sagen der fehlt noch die werde ich euch im nachhinein vorstellen das ist der teuerste aus der reihe den habe ich aktuell jetzt nicht der wird aber kommen und da werde ich euch vorstellen auf jeden fall geht an die stars collection und testet nicht gut dürfte die 20 euro kosten weil es ist definitiv kein richtiges gut drin so und so immer schwer die geschichte mit gut aber sie sind dann einfach ja es gibt günstige gute dürfte aber es ist schwierig es ist wirklich schwierig und ihr wisst ja in allen anderen kategorien search of macht top dürfte und die reihe ist echt nice also leute haut rein verzeiht mir dass sie so ein bisschen durcheinander heute war wie gesagt der tag war bis jetzt anstrengend anstrengend wie gesagt wir sind hier das ist hier zum dachboden wir sind im umbau immer noch action ohne ende und dann noch nebenbei alles andere machen und dann natürlich für euch da sein ja ich glaube ich werde jetzt erstmal einen kaffee trinken eigentlich trinke ich gar keinen kaffee also ungern selten aber ich glaube ich werde es jetzt mal machen also leute bis zum nächsten mal auf euren ganz tag Musik 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 Musik